Maya und Lina Es ist meine Lina Hallo Oh, deine Lina macht das ja richtig, richtig toll Ja Aha Okay, ja Maya, stell dir vor Mich hat gerade das Reh angerufen Wir sollen es füttern Wow Maya, was ist denn das Reh? Milch Hm Das finden wir gleich heraus Hallo, Reh Trinkst du Milch? Hm Nein, tut es nicht Maya und ich werden gleich herausfinden Was unser Reh ist Ja Maya Maya, ist unser Reh sowas? Mama, das ist Spielzeugfutter Maya, ist unser Reh so etwas? Mama, das ist Spielzeugfutter Das Reh ist echt Lina, ist unser Reh sowas? Nein, tut es nicht Mama, Mama, ich weiß, was das Reh ist Karotten Maya, wen habt ihr gefunden? Das ist ein Huhn Isst sie Karotten? Mama, Mama, Hasen! Essen die Karotten? Lina, schau, wer ist das? Ein Pfau Der ist sicher keine Karotten Mama, ich habe das Reh gefunden Lass es uns füttern Mama, Mama, ein Reh Wir haben es gefunden Hast du schon mal ein Reh gefüttert? Dann gib uns einen Like Und schau dir ein weiteres Video von Maya und Lina an Tschüss Tschüss Kommt! Bam!